Entschuldigung, jetzt kommt es drauf an. Je nachdem wann wir fertig sind, wie ich dann die restlichen Folgen fülle. Dann mache ich halt die Abschlussfolge doch 400 draus. Schade, dabei wollte ich hier noch mehr Zeit für Rising World haben. Tja, das war wohl nix. Warte, ich glaube ich lasse den Rand doch lieber so. Nee, da war ich doch lieber. Das habe ich aus Versehen als zerstört, das ist doof. So. 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 Da wachsen aber schnell hier so komische Sträucher. Weiter. Ich kann immer so festhalten. Was willst du denn? Es geht weiter. Das war's. Ah, nein. Das wollte ich jetzt nicht. Bevor ich hier weiter pflanze, also bevor ich hier weiter umgrabe, sammle ich erst mal weitere Weizen. So, und... Ich mache erst mal einen Weg hier in 3er Breite, damit man hoffentlich angenehmer gehen kann. Beziehungsweise 4er Breite. So, und... Davon bräuchte man noch eine zweite Stufe davon. Das sieht trotzdem noch eng aus, irgendwie. Ich mache lieber 4 da draus. 1, 2, 3... Okay. 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 Oh ja. Oh ja. Und da ist die Treppe. Na toll. Oh, was kann ich denn auf die Schnelle essen? Oh ja. Ja, wobei reicht der eigentlich. So. 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 Nein! Och, ne. Ist schon spät, wa? Jetzt habe ich hier vier... Oh, vier Maisunnütz zerstört, ey. So eine Kacke. Sind die zwei Spritzer noch da? So eine Kacke. So eine Kacke. So eine Kacke. So eine Kacke. Tatsache, der Hamster ist raus, aber Schmiraxe ist noch drin. Oh, weißt du was? Oh, weißt du was? Oh, weißt du was? Das wäre schon mal fertig. Das bisschen Fleisch hat ja echt nicht gereicht. Ich gucke, dass ich gleich hier mehr mitnehme, bis überhaupt nichts mehr reingeht. Oh, weißt du was? 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 Ich fahre mal mit dem Maui-Mobil, ach Maui-Mobil, sag ich schon, zu Spiraxel, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Halt, das Zucker nach Dingens bringen, wer ist damit? Ich könnte ja noch eine Storage Box aufstellen, damit ich hier mal die ganze Wagen leer kriege, das ist ja unerträglich. Ist überhaupt noch Platz? Hier habe ich auch noch Stahlrohr drauf gehabt. Was habe ich jetzt? Ähm, wo ist mein Zucker? Da! So, das hätten wir. So. Uh-huh. So. Auch zu Spiraxel, wenn ich überhaupt noch mit mir reden will. Man weiß ja nie. So. Ah-ha-ha-ha. Das war's. Aber wisst ihr was? Das war's. Das ist die Frage, wo er hinfliegt. Ach, der wird noch hier irgendwo hoch? Das sind noch relativ viele Ingredienzen, die ich brauche für das Bier. Aber es sind noch zwei Stufen Enzyologie zu erforschen, also da werden die Ressourcen dann sowieso weniger als von daher. Wo muss ich denn jetzt fahren? Oh, wie denn jetzt? Stimmt, wir können auch die Pyramide mal sehen. Ah, das wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen gespoilert. Da ist Tuteljamun. Da ist Tuteljamun.